Wie Austrian, man sollte auf jeden Fall ein rot-weiß-rot gestreiftes Leibel haben. Und abgesehen davon gibt es natürlich sehr spezielle Bedingungen, Voraussetzungen, um Österreicherin oder Österreicher zu sein. Man sollte zwei Beine haben, zwei Arme, zwei Augen und zwei Ohren sind auch nicht von Nachteil. Und eine Leidenschaft für sein Raunzen. Ihr wisst das, ich bin Österreicherin, ich raunze auch gern. Und das, was ich nicht habe, das ist sicher besser. Und dort, wo ich nett bin, das ist auch sicher schöner. Dort, wo ich grad nicht bin, da ist es sicher schöner. Und wenn ich grad ein Schnitzel esse, dann hätt ich lieber Döner. Und wenn es Sommer ist, hätt ich lieber Winter. Und wenn ich grad Single bin, dann hätt ich gerne Kinder. Wenn ich in Wien bin, wär ich gern in Bregenz. Ich hoffe und ich sehne, heut ständig vergebens. How to be Austrian, I don't know, but I know I like to be Austrian.